hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin natürlich auf die jahr nach dem ticket und heute wieder spiel land of empires immoral oder so viel spaß ok ich würde sagen es geht los ich dachte eigentlich schon weiter gewesen oder es ist ein falscher spielstand wo kann man den spielstand in google noch grad drunter einstellungen wir schauen ob ich konto wechseln kann bis gleich okay endlich habe ich mein account ich weiß nicht mein internet ist richtig langsam ich habe glaube ich gerade eine halbe stunde update gemacht eine halbe stunde das ist mein halber tag muss gleich doch einkaufen gehen jetzt bin ich voll im verzug naja egal jetzt spielen wir erst mal ganz schnell aber irgendwo noch rote punkte da mein roten da ist noch ein roter punkt da ist eine aufgabe da ist ein roter punkt ok das sind schätzt das ist normal mit stich denke ich da warte da der roter punkt ich dachte wollte ich dachte ich sollte einen kampf machen aber da war eine truhe neu ist das der rote punkt jawohl erhalten ein buch schreiben auch noch oh das ist schön da kriegt man ja was gut 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 repariert ich weiß nicht richtig lege heute mein internet was ist da los heute ist das das ist das ist das ist das ist Na? Oh, da war noch was. Das war alles. Die Weltlage. Fertig. Hm, das hat wieder eine Aufgabe. Ok. Kostenlos rekrutieren. Gradis. Ok. Bestätigen. 118. Bestätigen. Nicht schlecht. Wie viel ich dafür beschwören kann. Fast 20 Stück. Oder? 5 mal 2. Ja. Achso. Ja. Ja, ja, ja. Genau. Da auch. 20. 1, 2, 3. 23 mal. Super. Hier ist die Kiste. Und wo ist bei denen die Kiste? Da oben. Noch was? Nicht. Das ist doch das Zeichen von... Oder nicht das Zeichen, aber das Zeichen oder so ein ähnliches Zeichen gibt es doch bei... Wie hieß es nochmal? King of Risen? Oder... Lord of Empires. Glaub ich. War das. Naja egal. Egal. Ähm... Ich werde jetzt folgendes machen. Allianz. Nein, nicht da rein. Gründung betreten. Ne. Aufgaben. Ich mach die tägliche Aufgabe. Oder verwende Allianz-Chat einmal. Dazu muss ich erstmal in eine Allianz eintreten. Allianz. Beitreten. Empfehlen. Beitreten. Okay, ich bin in einer Allianz drin. Erstmal ein paar Leuten helfen. Kann ich die Kiste abholen? Ja. Die auch. Die auch. Sehr schön. Ui. Habe ich gleich so. Hm. Chat. Wo ist der Chat? Gehen wir nochmal auf Aufgabe. Chat. Okay. Müsste reichen. Oh. Zwei Aufgaben gleich. Ah. Ne. Nur eine. Dafür ne Kiste. Dann spenden wir bei der Allianz. Technologie. wohnen. Oh. Oh. Ich hab doch keinen. Stein. Oder Kohle. Oder was das auch ist. Oh. Oh. Ich kann doch nicht spenden. Ich muss erst acht Stunden warten. na gut dann lassen diese aufgabe aus machen die nächste aufgabe einmal heilen dazu muss erst mal ein krieg machen wahrscheinlich was war das ausbilden das kann ich machen reicht das auch wenn ich leute verbessere dann halt ausbilden ok nein nein punkt schützen ausbilden aufgabe kawalowee ausbilden aufgabe nahrung sammeln 50.000 ok das sind 28 drin das hast 51.000 köcher hier ein paar leute wieder hause schicken er hat mal 52.000 schicken nur einen hin vielleicht kann ich ja gleich noch andere sachen einsam mit den anderen leuten ich glaube zwar nicht aber leider nicht dann überspringen wir das sammeln rekrutieren dann müssen wir nochmal ein rekrutieren rekrutieren bestätigen und die nächste aufgabe fertig die nächste truhe erreicht was haben wir jetzt noch machen wir jetzt aber und einmal fünf bestätigen bestätigen und dann ist er ein off level dann nehmen wir natürlich den epische ab habe ich jetzt genommen oder nicht wenn bestätigen ach so die halle der helden auf level 7 ok ich muss erst die halle auf level 7 machen ist das die halle der helden halle der hellen auf geht es einmal kurz weiter verbessere ein gebäude also war gerade dabei verbessere in forschung 20 sekunden ich würde erst mal das hier machen aus bildungskapazität sanität schriften forschung bis dahin will ich das machen wenn es geht wenn ich denn so weit komme erst einmal die aufgabe das ist wirklich nervig so lege wie das ist sammeln einmal ist vorbei sammeln steine sammeln erz ach so das ist schon alles ja das war mal später erst mal hier ein bisschen aufräumen ach nee obwohl für 0 sekunden aufwerten ok technologie das heißt entwicklung wir haben fordern sagt fällig technologie ist bestimmt immer eine minute denke ich war ja also mindestens eine minute die aufgabe perfekt ich kann die forschung komplett fertig machen und das baum ist auch wichtig das ist natürlich auch wichtig mal schauen ob wir das auch noch machen können und voran da muss jeder wie sieb sein bei akademie es war denn hier schnell alle der helden ist schon 21 sekunden noch rekrutieren gratis städtiken dann war es die baugeschwindigkeit auch noch mal schnell voll zack zack los elften jahr dankeschön und der nächste gut dann das geht noch nicht heile einmal geht noch nicht sammel sammel das geht jetzt das geht noch nicht Vielen Dank. Das macht Spaß. Klack, 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 klack. Keiner mehr da. Ah, ist auch noch einer da. Hey. Okay. Geschenk. Oh, ich habe ein Geschenk gehalten. Krieg ist glaube ich noch ein bisschen zu früh für mich. Okay. Okay. Dann räumen wir nochmal hier den Müll weg. Rad aus Level 8. Ach ja. Zwei Minuten ist das immer. Okay. Okay. Also er sagt, ich soll den hier aufwerten. Aufgabe erhalten. Sind die Sammler schon wieder zurück? Müssten schon wieder zurück sein, ja? Steht bestimmt hier in der Post drinne. 14 Uhr 20. Wie spät ist es? Ah, vor fünf Minuten schon. Warum sagt ihr mir das nicht? Mensch. Aufgabe. Aufgabe. Na. Haben sie ja gut jetzt. Schweinerei. Holz. Suche. Marsch. Ich schaue mal kurz, wie lange das dauert. Mal was zu farmen. Also 50.000. 50 dauert 6 Minuten. Zurück in der Stadt. Aufwerten. Aufwerten. Perfekt. Beschleunigen. Aber erstmal was anderes. Weniger. Eine Stunde. Nee, lieber nicht. Ähm. Krater. Rathaus. Das hier. Ah. Kann ich gratis halten. Wo wir jetzt auch nicht mehr. Äh. Aufwerten. Gratis. Oh. Was so ein Nachteil bei dem Spiel ist, du siehst nicht, welches Level das hat. Wohl ein Nachteil ist es nicht, aber... Oh! Wadthaus, nur noch. Bäm, da, die Mauer noch. Ist das jetzt auch eine Steinwand? Ne, noch nicht. Oh, hier ist überall nur Holz. Oh! Dann machen wir noch mal ein Kampf hier. Aufstarten! Go! 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 Automatisch! Tempo! Aber bitte Geschwindigkeit! Oh! 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 Go! Oh, das wird schwer werden. Und... Ein Atom bei mir! Was ist das? Ha! Er hat sich selbst umgebracht. Er ist geplatzt. Warte mal, wie war das? Überspringen. Erneut. Okay, darf ich ihn bestimmt kriegen. Hoffe ich. Bam! Ah! Hättest du mich noch da verstecken können? Nee, wäre nicht gegangen. Warte mal, ist ja hier oben was versteckt. Okay, ich habe euch befreit. Ihr kämpft für mich. Ihr dürft weiter kämpfen. Ihr dürft für mich sterben. Das ist zu schwer. Es lohnt sich auch gar nicht, für zwei Sekunden das Gerüst aufzubauen. Okay. Vielen Dank. Nein, ja, ausbilden. Ich wollte doch aufwerten. Ja, weil es so langsam ist, habe ich zweimal gedrückt. Ah, rausgeschmissen. Okay, gut, dann war es das mit dem Video. Dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich werde mich freuen, wenn ihr da beim nächsten Mal dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao. Bis dann.